Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alarm für Gobra Elf, Highway Nights. Ja, wir sind stehen geblieben bei Tag 4. Hier werden wir auch heute weiterfahren. Ja, starten wir mit dem Fahrtraining und wir nehmen den... Puh, ähm... Nehmen wir den Alligator. So. Er lädt. Und er leckt. Besser. So. Absolut. So. Ähm... Ja. Was gibt es Neues? Ähm... Ich hab Ferien. Das ist... Schön. Ich hab jetzt, äh... Heute haben wir Mittwoch. Ich hab diese Woche Ferien. Ähm... Ich geh nicht weg oder so. Diese Woche widme ich mehr oder weniger YouTube. Die ersten zwei Tage hab ich bisschen... Hängen lassen. Hab ich wirklich nix getan. Außer gestern. Bam! Da hab ich für den Stream was vorbereitet. Für den... Abo-Special-Stream. Ähm... Der wird übrigens am 7. Februar, den... Freitag sein. Um... 20 Uhr. Und um viertel vorwetter online gehen. Also ihr könnt auf meinem Kanal gucken. Da ist das Infovideo drauf. Ähm... Genau. Schaut einfach mal... Okay, ihr kennt das Spiel. Ihr fahrt in diesem Areal von einem Punkt zum nächsten. Solltet ihr irgendwo anhauen, seid ihr raus. Ihr habt nur ein paar Minuten für möglichst viele Punkte. Der Rekord steht schon seit einem Jahr. Los hier mehr. Den knacken wir. Und wie wir den knacken. Und da möchte ich euch auch hier noch ein ganz... Großes... Äh... Dankeschön... Aussprechen. Ihr habt... Es echt geschafft, mich 400 Mal... zu abonnieren. 400 Leute schauen sich den Mist hier an, den ich hier verzapfe. Das finde ich wirklich... Grandios. Danke dafür. Ähm... Ja. Jetzt kann... Jetzt wird das nächste Ziel so 1000, ne? Ne. Ähm... Also 400 hätte ich mir im Leben hier träumen lassen, dass wir das nach einem Jahr schon schaffen. Weißt du was? YOLO. Ähm... Ähm... Genau, so nach einem Jahr der Kanal ist jetzt exakt ein Jahr alt. Also 1-2 Tage, ähm... Differenz, aber... Er ist genau ein Jahr alt, der Kanal. Und nach einem Jahr schon 400 Abonnenten. Hätte ich echt nie gedacht, wenn mir das... Wenn mir gesagt hat, hey... Hätte... Hey, du hast nach einem Jahr dann 400 Abonnenten. Hätte ich gedacht, pfff... Du spinnst, ja? Ähm... Aber es ist wirklich... Eingetroffen. Es ist wirklich krass. Und ja... Ein herzliches Dankeschön an euch. Und deshalb auch der Abo-Livestream. Ich werde, denke ich, ab und zu mal jetzt Livestreamen, jetzt wo ich rausgefunden habe, wie es geht. Damit ich noch ein bisschen mehr Übung drin habe. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich dann einfach mal streamen. Ähm... Ja. Erwartet nicht jede Woche einen Stream, aber so... Alle paar Monate mal... Ja, ist es nicht oft, aber... Ab und zu mal einen Stream... Werde ich versuchen, hinzukriegen. Es war gut, haben wir den Alligator genommen. Der hat ein bisschen bessere Bodenfreiheit als in so einem Sportwagen. So. YOLO! Nein! Nein, 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 nein! Letztens hat mir auch jemand gesagt, das heißt gar nicht. Äh... YOLO, das heißt YALA. You always live again. Naja. In Ernst. Wer es glaubt, der soll YALA sagen. Ich sage YOLO. Verarschen. Ist das dein Ernst? Seriously. So, komm rum. Also der... Wagen ist für... So ein Jeep echt wendig. Wir haben den Rekord schon geknackt und das steht seit einem Jahr. Alles klar. Da wissen wir ja, wie schlecht die Bullen hier sind. Ich prügel den Wagen auch ein bisschen und ich denke, die anderen werden nicht hier einfach so YOLO-mäßiger runterspringen. Die werden, denke ich, sich an die Straßen halten. Wäre auch günstiger, aber ich muss ja nicht bezahlen. Falsche Seite hier rum. Also hier bin ich jetzt auch schön am Bruder mit dem Lenkrad. Links, rechts. Das ist ein schöner Parcours zum Lenk... Um hier schnelle Lenkbewegungen zu machen. Oder... Zurück zu YOLO. Eine Freundin hat von mir, hat man letztens auf Facebook geschrieben. Fuck YOLO. Mein Motto ist Fisch. Fuck it, shit happens. Da musste ich auch schmunzeln, also... Und sie war auch die Einzige, die sich sowas ausdenken hätte können. Aber naja. Den kriegen wir noch. Komm, 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 komm. So nicht. Au. Komm schon. Nein, 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 nein. Super. Geparkt. Sauber. Das ist neuer Rekord. Ihr habt die Übung erfolgreich absolviert. Dann geht mal wieder an eure Arbeit. Ei, ei. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Dann legen wir noch einen drauf. Ich liege ja schon. Ja. Geparkt habe ich wirklich... Meine Parkkünste sind einfach nur awesome. Nehmen wir mal den Razer 4.0. Ja, geht. Ja, geht. Moin Jungs. Habt ihr Lust, ne Runde im Dreck zu spielen? Ich verkneife mir jetzt mal die doofen Sprüche. Besser ist das. Wir tauschen heute mit dem 4x4 Club die Wagen und Strecke. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitfahren. Beide Rennen werden fürs Turnier gewertet. Beide? Ja, es sind zwei Rennen geplant. Ein Rennen mit richtigen Offroadern und eines mit Monster Trucks. Ja, das wird den Kleinen hier aber freuen. Endlich mal ein großes Auto. Wir sind dabei. Dann sehen wir uns gleich an der Offroad-Strecke vom 4x4 Club. Wisst ihr, wo das ist? Wow. Klar. Fuck! Den habe ich nicht kommen sehen. Aber da ich weiß, wo das Ding ist, bin ich hier schon mal hingefahren. Wir werden jetzt Offroad fahren. Das wird mein Force-Feedback freuen. Weil das dann die ganze Zeit nur am Rattern ist. Deshalb wird es gleich bei euch wahrscheinlich auch ab und zu mal knacken. Wenn nicht sogar jetzt gleich 5 Minuten lang. 10 Minuten. Also aber grafiktechnisch muss ich das Spiel echt nicht groß verstecken, ne? Also die Lichteffekte hier sind ja nicht so schlecht. Also es gibt schlechtere. Also komm, ich muss hier lang. Force-Feedback hält sich sogar noch in Grenzen. Ich halte meine Fresse, ist ja gut. Also wer nicht weiß, was Force-Feedback ist, ist das... Die Vibration vom Lenkrad halt, die Simulation, wie halt... Kurve fahren. Ich habe voll eingelenkt. Wie halt... Das Lenkrad simuliert eigentlich via Vibration. Wie ein richtiges Auto halt auf so Untergrund. Das einem Fahrer zurückgibt. Via Lenkrad. Wow! Was war das? Das war ein schöner Drift. Egal. Aber das mit den Monster Trucks nachher wird lustig. Himmel. Der ist vorbei. Komm schon. Das ist so ein Hammer verschnitt, ne? Oder wie es eine bestimmte Tuning-Profi... Ähm... Kein... Ein Hammer ist ja kein Hammer, sondern das ist ein Hummer. Da dachte ich mir erst mal so, hm, lecker Hummer. Ähm... Ne, die kamen so ins Video und sagte, ja, heute motzen wir einen Hummer auf. Da habe ich mir schon... Bilde ich vorgestellt, diesen roten Hummer, nebenzu eine Zitrone und Gewürze. Und dann plötzlich kommt immer so ein Auto ins Bild gefahren. Da dachte ich mir einfach nur so... Ah, ein Hammer! Und das ist ein Tuning-Profi... Das ist ein Tuning-Profi... Zumal mal die Bekannten waren. Ich meine, dass man... Ein Daihatsu vielleicht nicht richtig ausspricht, kann ich mit Leben. Aber... Ein Hammer? Ich meine, es ist ein fucking Hammer. Das kennt jeder, der... Felsen! Jeder, der nur ein bisschen Ahnung von Autos hat, was da ein Tuning-Profi... Ficken. Was ein Tuning-Profi normalerweise hat... Oder haben sollte... Der sollte das schon richtig aussprechen können. Aber naja. Komm rum, Alter! Ich habe voll eingelenkt. Ich starte das einfach mal neu. Das interessiert den Wagen auf dem Untergrund so einen feuchten Scheißdreck. Ob ich einlenke oder nicht. Der fährt einfach geradeaus weiter. So, Jungs, lasst mich mal vor. Ah, die zwei haben die gleiche Idee gehabt wie ich. Aber sie war... Sie ist ein bisschen... Oh, 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 dummer Gefahren. Ich habe gerade echt Mühe, den Wagen in der Spur zu halten. So, ich bin in. Ich bin in. Ich bin in. Fickt euch. Ich bin in. So. Ihr könnt jetzt an meinen Abgasen schnuppern. So ein Hummer... Äh, zeige ich auch schon Hummer. So ein Hummer sauft ja nicht wenig. Ich glaube, ab 20 Liter ist man dabei, ne? Also so wie wir hier fahren, glaube ich. Also ein Hummer ist halt schon ein amerikanisches Auto. Und die Amerikaner scheißen ja bekanntlicherweise auf den Sprechverbrauch. Hauptsache groß und, ähm, Leistung. Sind auch die einzigen, die einen 6.1, äh... Äh, ne, 6.2-Hemi-Motor herstellen. Außer halt die Mercedes-AMG. Aber die sind ja mittlerweile auch... Äh, ne, die AMG, 63er AMG. Aber die sind ja mittlerweile auch auf 5,5 Liter Biturbo-Motoren gestrumpft. Das waren ja früher 6,3 Liter Single Turbo oder kein Turbo. Keine Ahnung, ich bin noch nie ein AMG, 63er AMG gefahren. Ähm, aber jetzt auf jeden Fall sind sie gestrumpft auf 5,5 Liter, ähm, Biturbo. Ähm, die Amerikaner sind die einzigen, die in einem Dodge Challenger einen 6,2 Liter Hemi-Motor bauen. V8. Ich meine, das Ding, das... Einmal aufs Gaslatschen, Tank leer. Ich meine, klar, es ist ein geiles Auto. Wenn ich das Geld dazu hätte und eine Tankstelle gratis dazugeliefert bekomme, würde ich es auch kaufen, das Auto. Ist ja nicht so, dass ich das Auto nicht mag. Aber man muss nicht nur die, den einmaligen Kaufpreis anschauen bei einem Auto, finde ich. Man muss auch die Kosten anschauen, die das Auto mit sich bringt. Ein Auto, es ist nicht einfach, wenn du einen neuen BMW kaufst, legst du 50.000 auf den Tisch und gut ist. Ne, ne. Der kostet Versicherung, der kostet... Parkplatz kostet. Der kostet Benzin. Der kostet... Versicherung hatten wir schon. Das kostet der noch. Bei uns in der Schweiz gibt es halt Steuern, Benzinsteuern und den ganzen Kack. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ich kenne mich da auch nicht ganz so gut aus. Ich habe ja noch kein Auto. Alter, wieder diese Kurve. Aber es kommt halt auch dann... Immer noch mehr Kosten kommen dann dazu und das muss man, finde ich, auch im Auge halten. Ich meine, klar, so ein Lamborghini ist echt geil und so, aber ich meine, wenn ich sehe, was der verbraucht, muss ich sagen, ist er dann schon wieder nicht so toll. Zumal der Kaufpreis enorm ist, aber es ist halt ein Lamborghini. Was ich hingegen wieder cool finde, ist BMW. BMW schafft es wirklich, den Ausgleich zwischen Leistung und Verbrauch zu schaffen. Also die 5er Limousine hat ja... keine Ahnung, wie viel PS, auf jeden Fall genug. Und der sauft, glaube ich, bei normaler Fahrweise, glaube ich, unter 10 Liter. Für wie viel PS? 500? Oder was sind das? Nee, 500 ist der M5. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er genug. Hey Mike, was ist los mit dir? Das finde ich wirklich cool. Aber Hauptsache, ich bin heute Nacht fit. Neue Freundin? Nö. Heute Nacht gibt es ein kleines Treffen an der Autobahn. Ihr könnt auch kommen. Die Jungs kennen euch ja inzwischen. Sind unsere beiden Spezies auch dabei? Ziemlich sicher. Das trifft sich gut. Wir lassen gerade den Wagen präparieren, den ich ihm beim Duell abgeknüpft habe. Mal sehen, ob ich ihn wieder loswerde. Ihr hängt euch ganz schön rein. Hoffe, dass sich das Ganze lohnt. Ben, Ben, Ben. Immer nur an das eine denken, ne? So, Spurensuche. Ich nehme, weil ich dazu vom BMW schwärme, nehme ich den. Ziemir 3.0. Es gibt eine Spur. Der Sprengstoff, der für das Attentat auf den Streifenwagen verwendet wurde, ist eigentlich für pyrotechnische Zwecke. Und es gibt nur einen Ort, wo der hier in der Stadt eingesetzt wird. Im Zirkus, der auch eine Stancho hat. Gut, dann fahren wir mal zum Zirkus. Ach, und ich habe heute meine rote Plastiknase zu Hause gelassen. Ich dachte, du hast die auf. Ja, jetzt mal im Ernst, Ziemir. Du musst da alleine hinfahren. Ich habe doch gleich den Gerichtstermin. Gerichtstermin wegen was? Was haben wir angestellt? Ich schicke es nicht. Egal. So. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich von dieser Kameraansicht fahre, aber es ist halt besser mit Lenkrad als von dieser Ansicht. Irgendwie ist es voll komisch, von dieser Ansicht hier zu fahren. Ähm. Ja. Oh, wir haben, wir haben Zeitlimit. Ist ja logisch, ne? Wenn wir zum Zirkus müssen, dann müssen wir das in einer Minute schaffen. Sonst, sonst ist es nicht, nicht ganz koscher. Wehe, du bist nicht in einer Minute beim Zirkus, mein lieber Junge. Dann gibt, dann gibt es Stress. Dann gibt es eins auf die Fresse. Da komme ich durch. Das passt, das passt. Das hat ganz knapp gepasst. Mann. Zehn Sekunden. Komm, 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 komm. Ich sehe das Ziel doch schon. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Und stopp. Ich verteile jetzt die Startposition. Einigt euch selbst, wer welches Fahrzeug fährt. Leistung ist bei allen gleich. Eins, zwei, drei, du bist die vier, fünf. Entschuldigung, ich möchte... Startposition sechs. Damit sind wir komplett. Nein, Moment, ich bin... Nicht zum Quatschen hier. Okay, Jungs, alles klar soweit? Wir suchen nur einen Fahrer für unsere Motor- und Stuntshow. Also schnappt euch ein Fahrzeug und zeigt, was ihr drauf habt, wenn ihr den Job haben wollt. Dann mache ich den Zirkus halt mit. Hm. Wir können ihm nicht unsere Polizeimarkt zeigen und sagen, wir sind vor der Polizei. Nee, nee, wir müssen mitfahren. Hm. Das könnte lustig werden. Komm, mach dich vom Acker. Hoppala, sorry, Bro. So, komm, hier durchdriften. Geht's auch cool gefunden, wenn sie ein Rally-Auto irgendwie so eingebaut hätten im Spiel. Was wir hier halt irgendwie so mit so einem Rally-Impresse-Verschnitt durchballern könnten. Aber der lässt sich auch geil um die Kurven jagen. Jetzt habe ich raus, wie man die Kurven fahren muss. Einlenken, vom Gas gehen, wieder drauf latschen. Dann kommt das Heck. Wenn er mal nicht will, ist das eine gute Methode. Nein, 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 nicht abheben. Hier heben die Autos aber auch immer ab, ne? Bremsen, ich will nicht im Zaun landen. Kaum rum. Nein, Felsen, böse. Böse, Felsen. Mag ich nicht. Das Automatikgetrieb ist im Arsch, ne? Na, egal. Ich schalte es nicht wieder um. Weil ich bin zu faul, um selbst zu schalten. Außer mein Haarschaltknüppel würde funktionieren. Aber geht ja nicht. Bin ich auch scheiße. Komm rum, Mann! So, letzte Runde. Jetzt fängt das Force Feedback an zu ziehen. Also, aber das Spiel ist eigentlich für das, dass so, ich sag's mal, von einem nicht so guten Entwicklerteam gemacht worden ist. Wirklich gut. Es harmoniert hervorragend mit meinem Lenkrad. Macht keine Zicken mit meinem Lenkrad oder irgendwo sonst was. Es funktioniert alles. Also, besser als ziemlich einige Spiele von berühmten Entwicklern. Oder das neue Niefers wie Drivers. Das finde ich ja auch so eine Verarschung, dass da das Lenkrad nicht funktioniert. Hallo? Nein, klar, es ist ein Arcade-Rennspiel, aber... Hallo? Ich meine, ich will mit Lenkrad fahren. Das ist doch einiges geiler. Aber, naja, muss sie eh wissen. Ich hoffe, beim nächsten hauen sie die Lenkradsteuerung wieder rein. Ich hoffe, das nächste Nieferspeed wird anständig. Muss man so sagen. Leider, warum machen die kein normales Vorstands? Vorstellungsgespräch. Tja. Aber es ist normal, dass einem im Zirkus mal so ein Zirkuswagen so in die Luft geht.